Hallo zusammen und recht herzlich willkommen zurück hier. Jawohl, 4 Uhr morgens. Ich bin euer Sohnbührer, Leute. Schön, dass ihr da seid. Jawohl, jawohl. Am Tag 61... Warum klinge ich denn eigentlich so nasal heute? Keine Ahnung. Vielleicht habe ich nicht gut geschlafen, ich weiß es nicht. So, warte mal. Hier haben wir einen Gemüsetopf. Den habe ich mir gerade gebaut. Essen, Trinken haben wir dabei. Wir haben jetzt drei Baufolgen am Stück gehabt. Jetzt brauchen wir mal ein bisschen Abwechslung. Und deshalb geht es jetzt nochmal auf befallenen Quests. Wir haben auch wieder Kommentare bekommen. Beziehungsweise, das ist noch die Kommentar... Also, ich lese jetzt die Kommentare vor von dem Wachtturm. Also von der Wachtturm-Folge. Und wir fahren mal auch gleich hier zum... Wow, 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 wow. Die Kodierung ist überlastet. What the fuck? Was ist da los? Ich mache mal kurz einen Cut, bin gleich wieder da. So, hoffen wir mal, dass jetzt geht. War gerade Kodierungsüberlastung. Ich habe gestern mich auf 2K aufgenommen. Ähm, geht bei 7 Days irgendwie nicht. Warum auch immer. Ich wäre es nicht. Jetzt muss ich halt OBS umstellen. Ja. Leute. So, nochmal Kommentare aufmachen. Dafür fahre ich auch gleich in den Graben. Sehr schön. Armes Hühnchen. So, diesmal habe ich so ein... Fässer dabei hier. Damit wir mehr bekommen. Falls wir Gammelzeug sehen, müssen wir mitnehmen, ne? Für die Felder, haben wir ja gesagt. Äh... Ah, guck mal, hier ist der Shotgun Messiah, ne? So, das nehmen wir alles mit hier. Den könnten wir eigentlich auch mitnehmen. Wenn ich den immer sehe. Und wie gesagt, die, ähm... Kommentare sind jetzt von der... Boah, ist der da drin? Sind jetzt von der anderen Folge noch. Also nicht von der letzten. Ah, guck mal hier. Und damit fangen wir auch gleich an. Nachdem ich den hier gelootet habe. Und da eigentlich nur Shot drin ist. Naja. Oh, wohl, naja. Bimba. Bimba. Oh, ich hab da halt. So. Äh, wir müssen zur Quest. Die ist da vorne. Irgendwo, irgendwo. Das ist ein Western-Saloon, so wie ich das, äh... Gesehen habe. Ah, hier. Ach so, das ist der Antiquität, ein Post-Office und der Saloon hier. Ah, das soll doch ein geiles Thumbnail hier haben. Oder? Ah, wir müssen mal gucken. Sieht auf alle Fälle cool aus. So, ja. Äh, befallene Quest Stufe 4. Also ist eigentlich ein T3-Poi, aber dann halt auf T4 abgegradet. Ich werde die Jungs alle mal rausholen hier. Wenn sie gleich kommen. Und ich spiele mit einer neuen Maus. Ähm, kann sein, dass ich voll fehle hier. Heute. Ah, meine schöne MMO-GA-Maus. Ach, LMO-GA-Maus, sag ich schon. Meine schöne MMO-Maus, die geht nicht mehr. Oh, kommen sie mal. So, jetzt kommen sie alle hier. Wer gibt's ja doch noch? Oh, genau. Wir bleiben mal hier hinterher. Schau wir uns wieder. Ja, ja. Ein bisschen jedenfalls. Ich finde die Dinger einfach nur geil. So. Rimmlein in der Tisch. In, in der Tisch. Tisch in der Tisch. So. Sicherheitshalber. Die haben aber gut Bücher. Oh. Hätte ich nicht gedacht. Was im Antiquitätenladen Bücher sind. Das können wir gut gebrauchen. So, wir haben den ersten Kommentar. Vom Felix Bischof. Der hat geschrieben. Hallo so ein Bücher. Erstmal vielen... Ist das eine echte? Fake, aber die... Ist ein echter Kochtopf. Alter, Fake-Mien hier. Oh. Da habe ich jetzt Angst bekommen. So, Felix Bischof hat geschrieben. Hallo so ein Bücher. Erstmal vielen lieben Dank für deine Videos zu deinem Problem mit den Zombies in der Base. Wenn du das mit den Farben beim Setzen neuer Blöcke weiß, grün richtig deute, reicht der Gebietsschutzblock, äh, nicht bis zum Rand der Mauer. Dort wo die Farben auf weiß wechselt, können dann in der Horde nach Zombies spawnen, äh, die sich entsprechend durch die Festung, beziehungsweise Mauer graben können. Du kannst den Rahmen des Gebietsschutzblockes mal aktivieren, um meine These zu überprüfen. Kann man nicht, äh, auch die Größe des Gebietsschutzblocks einstellen? Dann würde ich, würde es vielleicht reichen, den Schutzbereich einfach zu vergrößern. Ähm, ähm, ja, können wir mal machen. Ich hoffe, ich vergesse das gleich nicht, dass ich dir das mal anzeigen lasse. Wow, ey, das Mausrad, das skaliert hier voll rum. Ähm, ob das so, es kann natürlich sein, dass ein, zwei Reihen, äh, das nicht ausreicht. Aber ich glaube, wir haben den, ähm, Schutzkreis schon auf 71 Blöcke. Ich glaube, die Festung ist einfach zu groß. So. Okay, wir haben nochmal Bücher. So, das ist gut. Okay. Und, äh, Pumpkins hat da drunter geschrieben als Antwort. Äh, die Größe kann man, glaube ich, nicht ändern. Dafür kann man jetzt den zweiten Gebietsschutzblock setzen. Vielleicht hilft das bei dem Problem, damit die Basis nicht spawnt. Äh, doch, man kann die, äh, Größe anpassen. Äh, unter Multiplayer, ähm, kann man das machen. Oh, Leute. Wo sind meine, meine Turrets? Hm, da kommen sie schon. Immer wieder nach draußen, hier. Lassen wir uns mal kommen. Äh, die Biker-Gänge hier. So, haben wir die Schnaum bekommen? Ja, ein paar sind hier aber noch. Ja, einer sollte doch auch reichen, ne? Oh, eine Schlange. Oh. So, da, da, da. Hier müsste doch auch massig sein, oder? Schon seltsam, dass hier nix ist. Vielleicht bin ich auch einfach nur zu übervorsichtig. Aber gleich kommen sie garantiert. Was bist du denn, du kleiner Drecki? Da. Der Biker. Kochtopf. Gucken wir mal hier. Oh, da kommen sie jetzt. Oh, die Maus will nicht. Die Maus. Ich hab nach unten gescrollt und der hat's einfach nicht gesetzt. Ah, herrlich. Ich hab ne Logitech mir geholt. Das Mausrad. Ist so flott. Du drückst einmal nach unten und irgendwie geht's ein Stück nach oben. Ich weiß gar nicht, wie ich das, äh, ja, wie ich das verstellen soll. Ich muss mal gucken. Ich geb's ja da ja Tutorials für. Also wie gesagt, in dem, da, seht ihr das? Im, im Belt. Sehr seltsam. So, warte mal. Hier haben wir, hier haben wir, hier haben wir. Dann wohl liegen. Schraubfiedern vielleicht mitnehmen hier. Da sollte hier nix mehr sein. Dach vielleicht noch? Also im Saloon müsste definitiv nur richtig der Bär steppen, ne? Was ist das jetzt mit der Maus? Der Mixer, die Mausgolf, aber dann ein anderer, ähm, der einen Doppel-Links-Klick gemacht hat immer. Und hier ist der, ähm, ja. Das Rollen des Mauszeigers-Kacke. Keine Ahnung. Aber, wie gesagt, wir gucken nachher mal in Ruhe. Dann hoffe ich, äh, dass wir das Problem mal in den Griff kriegen hier mit dem kleinen Block. So. Schocki. Schocki in die Hand. No. Schocki in die Hand. Dann durchs Hunderland. Ich meine, hier waren immer welche gewesen. Ich weiß das noch. Ich war hier mal drin gewesen. In der Nacht. In irgendeinem Mod, glaube ich. Genau, das sind alles die Dinge, die mir einfallen, ne? Ich fall natürlich jetzt runter. Krieg ich die mir da nicht gesetzt. Da wäre der Knopf gewesen. Ah, guck mal. Komm, wenn sie. Alter, warum geht denn das Ding immer wieder auf und zu? Was ist das? So, dann wird eskalieren das Teil, ey. So. Sehr schön. So muss es. So, die Dinger sollten wir auch mal mitnehmen hier. Kutstoffmäßig. Haben wir nicht mehr viel. Ich habe noch bei Mender 5, ähm, Wasserbehälter gekauft. Guck mal, wie er hier hängt, ey. Ähm, da müssen wir mal gucken, ne? Ähm. Wir haben viel zu viel hier. Schon wieder viel zu viel, ey. Krieg das alles gar nicht mit. Das ist ein Witz. Warte mal, den fallen lassen. Fallen, fallen. 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 Beutel ist immer gut. So, gucken wir mal, was in den Dingern drin ist. Sehr gut. Lernen das jetzt einfach mal hier. Für die XP. Aber wir kriegen den, ähm, Schinganer gut hoch, ne? Jetzt. Äh, weg, weg. Nehmen wir mal mit. Und die jude Box hier. Aber, fertig sind wir noch nicht. Wir haben noch ein bisschen, ne? So, dann haben wir noch einen Kommentar von Pumpkins. Sie hat geschrieben, schöner Wachtturm. Däumchen hoch. Von da oben lässt sich bestimmt gut Schreierin wegballern. Wir brauchen mehr Wachtürme. Aber eigentlich ist der nur zu Deko-Zwecken da, ne? Damit das schöner aussieht. Äh, der sollte keinen Zweck haben. Ich hatte erst überlegt, ob ich sowas mache, wie, äh, ja, an der Reihe, ähm, ständig Auto-Turrets. Aber das ist auch, boah, ein Aufwand. Da fällst du hinten rüber. Hm. So. Pah. Ich würde sagen, ich düse meinen Tom Moped hier. Okay, warte mal, da können wir rüber. Wow, ey, die Maus, ne? Hä? Hä? Warum springt denn der jetzt hier nicht rüber? Ich will mein, mein, mein Management mich hier trollen. So, dann mal erstmal rein hier. In die Jute-Stube. So, die nehmen wir mit. Hier, die können da bleiben. So. Wie sagen, gehen wir mal gleich hier rein, in den Salud. Ah, guck mal hier. Ist das Messer jetzt wirklich? Ne, doch nicht. Ein Glück. Da haben wir nur ein Gammelfleisch nur. Lul. Ist ja gar nichts. So. Dann gucken wir mal. Ich bin aber auch ein Trödelfink geworden, ne? Ich weiß auch nicht. Ich bin der übelste Trödelfink. So. Ja, 52 Schuss. Ich mach mal die Panzerbrechen rein. Sicher, sicher. Die hab ich mir extra hergestellt. Aber jetzt passt der hier wieder ein bisschen rein, ne? Komm, dann gehen wir da mal. in die Jute-Geschäft rein, ja? Zack. Am besten stell ich hier unten einen rein. Gucken wir mal. Kann mal reingehen. Hallo. Hallo. So, die können, die können mir gar nicht gefährlich werden, ja. Aber irgendwo ist hier noch was. Oben. Okay, oben. Okay, oben. Ey, guck die ihn an, hier, hier, den... Den... Schattenhorus verarme. Ah, noch mehr da. Das geht gar nicht, ey. Aber haben die Funpimps das reduziert, dass man aus dem Klo... Ähm... Alter, das... Das gibt's gar nicht hier mit der Maus. Wie kann das denn sein, wenn ich einen nach unten scrolle, dass der immer automatisch einen nach oben geht? Ist das eine Windows-Einstellung eventuell? Seltsam. Das ist richtig seltsam. Also, ganz kurios. So, wo soll denn jetzt hier noch was sein? Soll der Saluten vielleicht hier nur durch? Aber da geht's doch wieder nach draußen, ne? Was ist das noch? Okay, da ist doch noch was. Oh, wie ist das schon, ey? Ey! Schon wieder falsch. Ah, jetzt ist er noch nach oben, ne? Wer da... Boah, ihr seht das, ne? Wie das hin und her flippert. Wie willst du denn so ordentlich arbeiten? So, kommen sie, kommen sie, kommen sie. Das kann natürlich ja alles Böse enden. Ui, was hast du denn für ein schönes Bild? Das kenn ich ja noch gar nicht. Das kannte ich ja noch gar nicht. Das ist ja richtig cool. So. Da nehmen wir den mit wieder hier. Den Newton-Mann. Der jetzt nicht in die Leiste will. Okay. Denken wir mal. Hallo. Okay, wir sind aber noch nicht durch hier. Wir sind noch nicht safe. Aber gut, wir haben den Mainstest schon mal schon, ne? Also viel kann da ja nicht mehr kommen. Da kommt wieder was. Drei Stück von oben. So, Ferry Marleen. Du musst leider gehen. Und immer noch nicht. Ich bin gespannt, wo die... Wo die noch rumfleuchten. Da, 35 Meter. Schuppern wir mal einen runter hier. Da, in dem... War ich da noch gar nicht? Da war ich doch gewesen. Oder waren wir hier noch nicht? Ne, hier waren wir noch nicht, ne? In dem... Da waren wir noch nicht komplett durch. Hier waren wir noch gar nicht drin, glaube ich. Ich gehe. Ob ich eigentlich in meinem anderen Turret... ...stehen? Dann wäre da... Okay, dann war die Bär da. Ja gut, aber man kriegt ordentlich Bücher hier raus, ne? Ist gar nicht mal so falsch. Genau, ach hier. Ja, ja, hier waren wir doch. Da haben wir die Bär da um die Ecke noch vergessen. Aha, okay. Ja gut, ist aber ein leichter Po, ne? Ich bin jetzt nur halt getrödelt. Bin da nicht durchgerauscht, wie sonst. Dass wir das Turret da noch sehen. An der Ecke. Als er das anzeigt. Dann bin ich mal gespannt, was wir da gleich als schöne Questbelohnung bekommen, ne? So, dann haben wir wieder einen Kommentar vom Happy. Der hat nämlich geschrieben... ...für den Algorithmus. Jawohl, so muss das sein. Danke dir, vielen lieben Dank. Der Algorithmus freut sich. Hoffe ich jedenfalls. So. Dann... ...wahr mal mal zurück. Ja, seltsam, ne? Den einen Airdrop weggeholt, kommt der nächste schon. Und der Geier fliegt da auch noch rum. Also... Hm. Hm. Warte mal, haben wir im Moppet noch was zum Verkaufen? Für die Kick, für den Augenblick. Hab ich da brennende Zeugs drin überall? Brennende Zeugs? Ne, da nicht. Ja, dann ballen wir die nochmal. Ja, ansonsten lasse ich das erstmal. Erstmal lassen. Und, Lucy. Vierer Militärwester, da haben wir denn ne Fünfer. Ja, das ist scheiße. Hm. Dann nehmen wir den und... Ob, ob, ob. Vollstrecker, Schlagring. Na, und den. War jetzt nicht das, das Beste, ne? Guck mal, 2,4 Kilometer. 2,2. Higashi. Dr. Karin Higashi Resistance. Ja, komm. 2,2 Kilometer, das geht ja noch, ne? So. Er hat Restock gehabt. Ähm, das heißt, wir gucken mal. Also erstmal gucke ich, was ich hier drin hab. Gebrochen. Zweifel. So, was haben wir jetzt? Leder und Eisen freigeschaltet. Rüstung, Stufe 3. Okay. Wärter sein könnte, dass ich nachher irgendwas doppelt habe. Und doppelt Bücher kaufe hier. Ähm. So. Und er hat wieder Wasserfilter. Das ist auch gut. Komm zurück und sag dir, Freunde. Ich hab die Sachen aber zu Hause, ne? Warte mal. Verkaufen, verkaufen. Den können wir auch verkaufen. Machen wir auch nicht. Äh. Sonst. Warte mal. Robotik. Ah, die Robotik-Drohne vielleicht eventuell. Die Werkbank. Schalldämpfer. Hm. Ich weiß gar nicht, ob ich den Schalldämpfer kann. Schrottiger Kompon-Bogen. Ja. Guck mal in den Belt, ey. Ich mach nur ganz bisschen. Das ist echt... Echt seltsam, ey. Vor allem, ich hatte ja immer so eine Maus gehabt, wo die Knöpfe an den Seiten waren. So, äh. Taste 1 bis 10. Und da konnte ich direkt per Hotkey draufdrücken. Fällt mir jetzt natürlich. Hm. Ja. Ich muss mal gucken, ob ich mit der glücklich werde. Der hat zum Glück nur 35 Euro gekostet. In den Prime Days. Sollte sonst jemand um die 60 kosten. Ja. So, pass mal auf. Wir machen den jetzt an. Hatten wir ja gesagt. Wir zeigen mal die Begrenzung an. Äh. Begrenzung an. Ja, da sieht man's. Ich werde den mal größer schalten. Oder gucken, ob ich das größer schalten kann. Ähm. Dass wir das so hinbekommen. So, ja. Außer Spiel ist nichts gewesen. Haben wir jetzt einen Tag vertrödelt. Und haben irgendwie gar nichts bekommen, ne. Das ist das ja momentan. Wir brauchen fast gar nichts mehr. Außer jetzt die 6er Items. Aus den 6er Quests, ne. Einem drauf, äh. Stacken. Ich werde mal gucken, ob ich das noch ein Stückchen größer stellen kann. Ich weiß. Pumpkins hat irgendwo, hatte ja noch geschrieben. Wegen den 2 Claim-Blocks, ne. Irgendwo habe ich einen Kommentar. Ich weiß nicht, ob ich den jetzt gerade vorgelesen hatte. Ähm. Ich habe den 2. Claim-Block immer noch bei dem Camper stehen. Und, äh. Selbst da, glaube ich, kriegst du es nicht so hin, dass du keinen nahtlosen Übergang hast. Glaube ich jedenfalls. Von daher. Hm. Ja, ja. Gucken wir mal, ne. So, die Bäume, die ich da eingepflanzt habe, Leute, die sind nämlich scheiße. Wir hatten da, glaube ich, Eiche reingesammelt, ne. Unten. Ähm. Das sieht kacke aus. Warte mal, wir gehen da mal hin, wo die Bäume sind. Die muss ich auf alle Fälle abholzen. Das sind diese Kack-Bäume. Obwohl noch, nee, jetzt sind die gut gewachsen. Ah. Okay. Dann sind sie doch gut ausgewachsen. Die sahen vorhin nämlich scheiße aus. Naja, das geht ja dann. Habt ihr Glück gehabt? Ich wollte dich gleich schon wegholen, ey. Ja, dann müsste aber das, äh, ne, Gewächs auch bald kommen. So, wie viel haben wir denn jetzt hier stehen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich habe noch ein paar Wasserfilter. Wir können uns noch ein paar Wasserfilter kaufen. Ich muss die Sachen jetzt noch einsortieren. Mal gucken, ähm, ob ich dann vielleicht schon ein paar Wasserfilter hinstelle. Und dann bauen wir in der nächsten Folge an der Basis noch weiter. Ja, ähm, dann machen wir wieder eine Baufolge. Und dann mal gucken, wieder eine Lootfolge. Weil jetzt ist der Tag fast rum. Dann machen wir eine Baufolge, würde ich sagen. Und dann am nächsten Tag starten wir frisch mit der 6er Quest. Ähm, und dann werde ich definitiv sterben mit der Maus. Ich sage Dankeschön, ihr Lieben. Und, ähm, bis zur nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, wisst ihr, ja, Support ist kein Mord. Und, äh, macht's gut. Habt noch einen schönen Tag. Ciao, ciao.